Jo, liebe Leute, was geht euch aus der Onke Zock am Start? Ich heute zeige euch einen geilen gemodeten Rennen. Was heißt geil? Traust du dich? Mach das mal. Und teile mir bitte mit, hast du es geschafft, aber sei bitte ganz ehrlich und teile mir erstmal mit. Ich habe hier mit zwei weiteren Abonnenten gezockt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie ihr hier sehen könnt, bin ich hier eine Lammschnecke. Ja, ich war hier ganz, ganz vorsichtig, aber ihr werdet gleich sehen, in einem weiteren Teil fahre ich schneller etwas durch. Am Anfang ist es so, ihr müsst euch jetzt mal ein bisschen dran gewöhnen. Und ein riesen Respekt an den Dallin aus Schweizer. Ja, danke schön erstmal, Dallin, dass du mich runtergeschubst hast. Der hat das wirklich geschafft. Der hat das wirklich geschafft. Der hat die komplette Strecke überwindet. Auch nicht gerade beim ersten Versuch, aber er hat das trotzdem gebacken bekommen. Ich war hier, wie ihr sehen könnt, als letzter. Hier bin ich etwas vorsichtiger und ihr werdet gleich sehen, ich habe das schon auch geschafft, danach etwas schneller zu sein. Und, ähm, es ist nicht ganz einfach. Leider habe ich das nur bis zu diesem Teil hier geschafft. Wie, so komme ich? Jo, schaffe ich. Genau, bis hierhin habe ich es nur geschafft. Weiter habe ich es nicht geschafft, bin ich immer ständig runtergeflogen. Und dann ist die Zeit auch schon abgelaufen, dann konnte ich das nicht mehr weitermachen. Aber es ist wirklich ein nervenkitziges Spiel, Leute. Ihr werdet, ähm, wie ein Abonnent das mal gesagt hat, in einem anderen Teil, mein Kontroller hat schon Wasserschaden, weil seine Hände so stark geschwitzt haben. Naja, okay. Testet das mal ganz gerne. Und, ähm, ihr werdet gleich sehen, hier bin ich runtergeflogen. Was mich hier ein bisschen gestört hat, dass man nicht hier schon, na, wo ich gerade war, dass dort ein Jackpoint ist, dass dort abgespeichert ist. Das heißt, man muss meistens immer von Anfang an anfangen. Außer da hinten gibt es noch ein Jackpoint. Wenn man das schafft, ja, ein riesen Respekt erstmal. Da wird das mal abgespeichert. Dann müsst ihr das nicht ganz von unten rein starten. Und hier seht ihr schon, fahre ich etwas schneller. Und, ähm, ja. Willst du das Ding mal testen? Traust du dich? Dann lad das Ding einfach mal runter. Euer Onkel Zocker.